Die hier zur Miete angebotene gepflegte ca. 162 m² große Bürofläche befindet sich in Essen-Stadtkern. Das Haus wurde 1952 erbaut. Das Büro verfügt über Netzwerkverkabelung und Teppichboden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monatlich beträgt die Miete des Objekts 800 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 400 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017